Herzlich Willkommen, bin ich Klaus 1112. Heute mache ich einen schnellen Unboxing-Testbericht, oder wie auch immer man das nennen will, von der CoolReal Panzerglas Displayschutzfolie. Eine richtig gute für das Sony Xperia Z2 Smartphone. Diese bestimmte Displayschutzfolie für mein Handy kostet momentan so um die 7 Euro, was wirklich nicht einmal viel ist, wenn man bedenkt, wie viel Schutz man dafür für sein teures Smartphone-Display erhält. Vielen Dank an CoolReal für das Zusehen dieses Produkts zum Auspacken. Also erst einmal ist diese Displayschutzfolie auch für viele andere Smartphones erhältlich, aber hauptsächlich für die Flaggschiff-Modelle der bekanntesten Hersteller. Es wäre schön, wie der CoolReal auch Schutzfolien für günstigere Handys anbieten. Meine bestimmte Schutzfolie hier heute ist 0,33 mm dick, was in der Tat sehr dick ist. Trotzdem soll aber die Touch-Empfindlichkeit dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. Dann hat man hier auch eine ölabweisende Beschichtung, die Fingerabdrücke und Schmutzflecken vermindern soll und die Folie soll dadurch auch leicht zu reinigen sein. Es ist kratzfest, angeblich explosionsgeschützt. Hierbei bin ich mir aber nicht ganz sicher, obwohl ich ja schon ziemlich Extremes gesehen habe. Also in der Tat könnte möglich sein. Und zu guter Letzt weist die Schutzfolie eine sehr gute Härte von 9H auf. Diamanten weisen beispielsweise eine Härte von 10H auf. In der Verpackung gleich links sind bereits die ersten Installationsschritte. Dann haben wir hier zwei Umschläge oder so. Einer mit dem Installations- bzw. Reinigungszubehör und im anderen die Displayschutzfolie selbst. Hinten auf der Innenseite der Verpackung sind mehr Instruktionen. Also hier ist jetzt alles ausgepackt. Die schöne harte Displayschutzfolie, ein Reinigungstuch, zwei Sticker, die mit der Installation oder dem Entfernen von schon aufgetragenen Schutzfolien behilflich sein könnten, eine schön große blaue statische Entstaubungsfolie und zu guter Letzt ein nasses Reinigungstuch. Quasi das Premium-Paket, was Displayschutzfolien anbelangt. Also genug davon jetzt, wird Zeit das Ding jetzt auf mein Sony Xperia Z2 zu packen. Das mache ich aber nicht vor laufender Kamera, da ich dafür Konzentration benötige, da man diese Arbeit am besten gleich das erste Mal richtig macht, um das beste Ergebnis dabei zu erzielen. Und das will ich hier wirklich nicht versauen. Also gut, die Installation ist sehr gut verlaufen, hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich habe versucht, die Folie so gut wie nur möglich aufzutragen und ich denke, das habe ich gar nicht einmal so schlecht hinbekommen. Ich hatte keine Probleme mit Luftbläschen oder Ähnlichem. Ich muss schon sagen, die Displayschutzfolie ist schon richtig hart und da vertraue ich irgendwie. Zwar will ich mein teures Handy nicht unnötiger Gefahr aussetzen, aber ich habe schon Leute gesehen, die extreme Kratz- und Drop-Tests mit dieser Art von Schutzfolie durchgezogen haben und das Panzerglas schafft es sozusagen, das teure Display des Handys vor Schaden oder gar vor dem Tod zu bewahren. Ich weiß nicht, wie es dabei den anderen Schutzfolien aussieht, aber dieser hier von CoolReal weist 2,5D abgerundete Kanten auf, also fühlt sich alles geschmeidiger an. Allumfassend ist mir kein Verlust der Touch-Empfindlichkeit des Displays aufgefallen nach dem Auftragen der 0,33 mm dicken Folie und sie ist zudem sehr, sehr geschmeidig und hinterlässt definitiv nicht so viele Fingerabdrücke und Schmutzflecken wie bei günstigeren Schutzfolien oder überhaupt ohne jegliche Folie. Also meiner Meinung nach lohnt sich es auf jeden Fall, diese 7 Euro für solch eine Folie auszugeben. Sie könnte einem langfristig mehrere 100 Euro ersparen, sollte mal etwas passieren. Also ich bin überzeugt und würde daher diese CoolReal-Panzerglas-Displayschutzfolie definitiv empfehlen. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht Nicolas1112techx.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.